Gude ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Panal Neues aus dem Studio Hessen. Ja, wir sind weiter. Wir sind heute Morgen von, ach ja, wie hast du doch gleich? Rolé. Ja genau, Rolé San Josef sind wir losgefahren, waren jetzt 567 Kilometer. Wir sind jetzt in Spanien tatsächlich und sind hier in Burgos. Burgos, der Campingplatz mit Katze, Wachkatze, guckst du hier. Gucke mal. Burgos, der Campingplatz ist direkt an der Autobahn. Man hört aber sinnlicherweise fast gar nichts von der Bahn jetzt. Und das liegt wohl auch daran, weil nicht allzu viel Verkehr draus ist. Das ist momentan. Ist aber auch egal. Klar, wie es halt so ist im Winter. Der Platz ist natürlich verlassen, logisch. Man hat für uns vorne das Tor aufgemacht und hat es reingelassen. Und der Platz selber kostet für zwei Personen ohne Strom 14 Euro. Und ich denke, das ist in Ordnung. Das ist wirklich in Ordnung. So, und mein Kamerakind, Tina. Yes. Die macht jetzt gleich nochmal ein Rundum-Video hier von dem Platz. So, und das ist der Campingplatz. Unser Wohnmobil. Dann ist vorne eine Gaststätte, wo man auch essen kann. Da kann man sich dann direkt anmelden, wenn man eincheckt. Und ich habe es so gemacht, dass ich eben angerufen habe. Und da kam dann ein Freundlicher her und hat uns das Tor aufgemacht. Und Stefan konnte reinfahren. Und dann haben wir uns fertig hingestellt. Und dann konnten wir uns einchecken. Alles schön hier soweit. Leer. Sehr leer. Leider. Aber es ist schon mal wärmer. Wir freuen uns, dass wir hier sind. Und dann sind wir wieder beim Wohnmobil. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen in Malpatita wieder. Bevor wir dann letztendlich endlich dann als Ziel fahren. Ich will doch langsam Zeit. Okay.